Einen wunderschönen guten Morgen, es ist mal wieder Montag, heute ist der 5.3.2018, wir haben es 13.17 Uhr, ich bin relativ spät dran, nicht so spät wie gestern, aber doch schon deutlich später als sonst. Ich habe heute einen Urlaubstag genommen, weil wir gestern von 2 bis 6 Uhr oder so die Oscarverleihung geschaut haben und davor noch einen Film und gekocht und gegessen und ja, war eine schöne Zeit. Und heute um 7 Uhr bin ich ins Bett, das war relativ spät, aber ja, was soll's, eigentlich relativ früh auch wieder aufgestanden, von 7 bis 12 habe ich gepennt, also nur 5 Stunden. Aber das geht mal, denn ich wollte heute nicht den ganzen Tag verpennen, es gibt noch ein, zwei Sachen zu erledigen, unter anderem Bewerbung schreiben, hier mal noch ein bisschen weiter ausmisten, vielleicht zum Sport gehen und ja, Papierkram erledigen, ja, irgendwie sowas. Also steht noch eine Menge an, mal gucken, was ich davon schaffe. Ich glaube, ich werde heute nur spielen. Ich habe auch schon Jermaine erzählt, was ich heute vorhabe und er meinte dann zu mir, er fragt dann heute Abend ab, was ich denn davon gemacht habe. Wir werden es sehen, was ich dann wirklich davon geschafft habe. Ja, in neuer Umgebung, mit neuem Hintergrund, ne, also seit gestern steht mein Rechner im Wohnzimmer. Ja, und ich glaube, sobald ich diese Ecke da freigeräumt gekriegt habe mit all dem Kram, der da rumsteht, wird es wieder auch ein bisschen wohnlicher hier. Stefan hat gestern ein paar Sachen vorbeigebracht und ist aber heute früh wieder mit abgedüst und ich weiß nicht, ob er jetzt die Woche irgendwann dann hier einkehren wird, aber das werde ich einfach nachher mal noch erfragen. Ansonsten steht die Woche nichts weiter an, morgen wieder ins Büro bis Freitag, dann ist schon wieder Wochenende, Spieleabend bei Benni. Er muss zwar tagsüber zu einem Kurs, aber irgendwie so 19, 30 können wir dann bei ihm aufschlagen in seiner neuen Wohnung und dann machen wir Spieleabend. Weil hier ist es momentan echt ein bisschen eng, da wird das nicht so einfach, aber ja, wir haben ja wie gesagt einen Plan B und einen Plan C und zur Not könnte man das hier auch machen. Das ist ja nur momentan etwas crowded, ne, wie sagt man, etwas vollgestellt. Ja, und die Spiele, die ihr da hinter mir seht, die da, die sind alle eingepackt, die muss ich noch irgendwie bei Amazon oder so reinstellen und mal gucken, ob die vielleicht der ein oder andere Mensch haben will und dann wird es ja auch wieder ein bisschen leerer. Lehrer. Was den Keller angeht, weiß ich noch nicht, wie sich die Situation da weiterentwickelt. Ich war erstaunt, dass ich am Samstag eine E-Mail bekommen habe und da stand zwar nur drin, ja, man wird sich darum kümmern und meldet sich wieder, aber immerhin eine Reaktion an einem Wochenendtag zu kriegen ist schon, ja, nicht so selbstverständlich, würde ich mal sagen. Ja, gut, also dann wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich demnächst in einem meiner täglichen Vlogs oder Streams oder wie auch immer, wir gucken mal, was demnächst so ansteht noch. Ja, also dann habt eine schöne Zeit erstmal, kommt gut durch den Tag und wenn ich Glück habe und nicht ganz so gewissenhaft meine Sachen mache, die ich machen sollte, sehen wir uns vielleicht heute auch noch beim Stream. Also, bis dann. Tschüss.